Da fällt mir die Geschichte ein zum nächsten Spot. Auf dem Bullplatz, Watcherplatz, das ist wie du willst, haben sich zwei Freunde getroffen. Da sagt der eine, du, unsere Tochter kriegt zur Einschulung im Pony. Da sagt die andere, wieso? Pferdeschwanz stand dir doch ganz gut. Ah ne, muss der Scheitel heißen. Egal. Na, der Titel der nächsten Geschichte ist Pferdeschwänze. Es ist nicht sexistisch gemeint. Nein, denn es geht ja um Frauen. Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Genau. Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab's dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? What? Nice. Wir sind die mit Schminke im Gesicht. Die gern Stöckelschuhe tragt. Und Overknees. Oh ja. Wir tanzen gern. Wir stehen auf Typen, die wissen, was sie wollen. Unsere Vorbilder. Die sind wir längst selbst. Es ist okay. Du musst dir unsere Gesichter nicht merken. Nur, was wir wollen. Spielen. Unser Spiel. Unser Beat. Commerzbank. Die Bank an eurer Seite. Think gewinnt einen goldenen, zwei silberne und einen bronzenagel für ihren genialen Case Pferdeschwänze für die Commerzbank.